Ich habe hier so eine große Halle und das sind hier 210 Meter und die Höhe sind 107 Meter. Das heißt, das ist 105 Meter. Und näherungsweise ist es gleich. Also das ist hier und dann hier auch ein bisschen schlecht gezeichnet. Ach, lassen wir es. Also das hier soll auch 105 Meter sein. Und damit ist der Teil ein Kugel, aber ein Viertel von einer Kugel. Also ein Viertel Kugel. Und der Teil da hinten natürlich auch ein Viertel Kugel. Und das in der Mitte, das ist jetzt ein Zylinder, aber nur ein halber Zylinder. Und ich habe hier nochmal die 105, näherungsweise, das muss ja nicht. Und man kann 105 nehmen, 107 nehmen, 106 nehmen. Das ist alles nicht so. Und hier nochmal die 105. Das ist immer mein R, mein Radius. Und das muss man sich erschließen, weil nämlich diese ganze Halle, also das Ganze sind 360 Meter. Und mit diesen Infos geht es vielleicht nochmal der Zylinder. Also beim Zylinder war das Volumen R² Pi mal die Höhe. Ja, also immer die Grundfläche ist der Kreis R² Pi und Grundfläche mal Höhe, das ist auch beim Prisma so. Und die Mantelfläche vom Zylinder, die wiederhole ich jetzt auch nochmal. Bei der Mantelfläche, also bei der Oberfläche, bei der Oberfläche habe ich ja zwei Kreise. Okay. Ja, beim Zylinder. Das heißt, die Oberfläche ist R² Pi plus R² Pi. Dann habe ich jetzt einmal diese zwei gelben Kreise. Und das brauche ich noch. Das hier so rundum und das wickele ich auf. Das ist ein Rechteck. Ja, wenn ich das so als... Ja, ein Rechteck, das ich so einmal rundum wickele. Und welche... Rechteck ist Länge mal Breite, ja. Also die Breite ist H und die Länge ist ja ein Kreis. Ja, also U gleich 2R Pi. Das heißt, hier kommt noch dazu plus Länge mal Breite. Also 2R Pi mal H. Ja, so Länge mal Breite. Rechteck. Fertig. Rechteck.